Gott hat das erste Wort, er schuf aus nichts die Welten und wird allmächtig gelten und gehen von Ort zu Ort. Gott hat das erste Wort, ehe wir zum Leben kamen, rief er uns schon mit Namen und ruft uns fort und fort. Gott hat das letzte Wort, das Wort in den Gerichten, am Ziel der Weltgeschichte, dann an der Zeit und Gott hat das letzte Wort, er wird es neu uns sagen, der einst nach diesen Tagen im Leben lichte Gott. Gott steht am Anbeginn und er wird alles enden in seinen starken Händen, mit Ursprung, Ziel und Sinn.